Musik Wir sind eigentlich quasi wieder an demselben Platz und der hat durchaus Tradition, was den Sport betrifft. Deshalb ist das neue Feld auch hier, wo kann man sagen, damals alles begann, was Handball und Borne zusammengebracht hat. Ja, ganz genau. Borne, eine jahrzehntelange Großfeld-Tradition. Das ist natürlich so ein bisschen in den letzten Jahren, da muss man ganz ehrlich sagen, ausgestorben. Gibt es kaum noch Großfeld-Spiele, Großfeld-Turniere, erst recht nicht. Und wir haben aber, wir sind halt ein Handball dort. Und der Nachwuchs, der steht schon quasi in den Startlöchern. Die Handbälle sind mit dabei und der Bürgermeister hat ein SCM-Trikot an und das nicht ohne Grund. Wir erwarten noch jemanden. Genau, Matsu Muschel kommt noch vorbei. Freue ich mich auch riesig. Der war schon hier zum Spatenstich und ist auf dem Weg hier nach Borne und dann können wir das Ganze hier feierlich übergehen. Also, greif zu, essen Würstchen, greif hierzu, trinkt was und Matsu Muschel kommt gleich. Musik